Sebastiano Serlio war ein italienischer Architekt und Architekturtheoretiker. Durch seinen Traktat Sieben Bücher zur Architektur wurde er zu einem der einflussreichsten Architekturschriftsteller des 16. Jahrhunderts. Leben Serlio lernte zunächst bei seinem Vater in Bologna die Malerei, was ihm eine gründliche Kenntnis der Perspektivkonstruktion verschaffte, und kam durch seine Tätigkeit bei Baldassare Perusi in Rom zur Architektur. Nach der Plünderung Roms 1527 im Saco di Roma ging er 1528 nach Venedig, 1541 siedelte er nach Frankreich über, um in den Dienst des französischen Königs Franz I. zu treten. Seine letzten Jahre verbrachte er in Lyon. Die Sette Libre d'Arcitetura Serlio war als Grafiker Mitarbeiter von Perusi. Von diesem übernahm Serlio den Plan zu einem Werk über die fünf klassischen Ordnungen. Bei seinem Tode vererbte Perusi auch seine Zeichnungen von antiken römischen Bauten an Serlio, der so eine bedeutende Grundlage für die Illustrationen seiner sieben Bücher hatte. Dieser Umstand führte dazu, dass Serlio durch Giorgio Vasari und seine Nachfolger als geistloser Plagiator dargestellt wurde, eine Behauptung, die durch einen Vergleich der Manuskripte Perusis und Serlios entkräftet werden kann. In Venedig bewahrt sich Serlio 1528 beim Senat um die Urheberrechte für die Illustrationen zu den fünf Ordnungen der Architektur, von denen jedoch nur neun Stiche veröffentlicht wurden. Aus den Vorarbeiten Perusis entwickelte Serlio den Plan für ein mehrbändiges Werk, das alle Aspekte der klassischen Architektur umfassen sollte. Am Anfang stehen Geometrie und Perspektive. Dann werden architektonische Vorbilder der antiken Architektur Roms und architektonische Ordnungssysteme vorgestellt. Die Gestaltung von Tempeln ist das Thema des fünften Buches. Das sechste behandelt Wohnhäuser für alle Schichten vom einfachen Bauern bis zum König. Im siebten Buch werden die besonderen Umstände beschrieben, die einem Architekten bei seiner Arbeit begegnen können. Dazu zählen Besonderheiten des Grundstücks, Umnutzungen vorhandener Bausubstanz etc. Die Bücher erschienen allerdings nicht gemeinsam und zusammenhängend, sondern zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten in dieser Reihenfolge. Das vierte Buch über die allgemeinen Regeln, Venedig 1537. Das dritte Buch mit Bauaufnahmen von antiken Bauten in Rom und anderen Gegenden Italiens, Venedig 1540. Das erste und zweite Buch über Geometrie und Perspektive, Paris 1545. Das fünfte Buch über die Tempel, Paris 1547. Ein besonderes Buch über die Gestaltung von Portalen, Lyon 1551. Das siebte Buch über besondere Situationen und über Renovierung bestehender Gebäude, Frankfurt 1575. Das siebte Buch erschien also nach Serlios Tod. Das sechste und achte Buch wurden erst im 20. Jahrhundert aus den Handschriften ediert. Zusammen mit dem Extraordinario Libro sind es also insgesamt neun Bücher, die Serlio verfasste, doch erschienen im 16. Jahrhundert nur sieben. Daher die Bezeichnung Sette Libri. Serlio arbeitete an diesen Büchern gleichzeitig. In Buch 4 erwähnt er, dass die anderen Bücher bereits begonnen sind. Obwohl die Bücher zweifelsohne dazu bestimmt sind, sie als ein gesamtes Werk zu lesen, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Serlio je geplant hatte, die einzelnen Bücher als Band in einer Ausgabe zu veröffentlichen. Die Bücher können sowohl in ihrer chronologischen Reihenfolge der Veröffentlichung, also IV, III, II und V gelesen werden, als auch in numerischer Reihenfolge. In Buch 1 erwähnt Serlio, dass er dieses deswegen nicht als erstes veröffentlicht habe. Weil die Bände über Geometrie und Perspektive möglicherweise von der Mehrheit der Leute nicht sehr gemocht worden wären. Da die Figuren nicht sehr attraktiv seien und es nicht so viel Freude mache, diese Subjekte zu studieren, wie die Eigenschaften der Architektur. Serlio verfasste zwei Manuskripte zum sechsten Buch, die jedoch bis ins 20. Jahrhundert unveröffentlicht blieben. Die Manuskripte liegen heute in der Columbia University und in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Sie wurden erst durch eine Untersuchung von William Beldinsmore im Jahr 1942 bekannt. Ob Serlio auch das Manuskript zu einem achten Buch über Militärarchitektur fertiggestellt hatte, ist ungewiss. Das Besondere des unveröffentlichten Manuskripts ist, dass nicht nur, wie bei Alberti und Palladio, Bauten für die oberste Schicht beschrieben wurden, sondern Architektur für die gesamte Gesellschaft, vom Bauern bis zum König. Übersetzungen Serlius in andere Sprachen Die Bücher wurden in der Folgezeit in verschiedenen Zusammenstellungen nachgedruckt und übersetzt. Das Werk wurde noch vor Ende des 16. Jahrhunderts zum meistgelesenen Traktat über Architektur. Die erste Übersetzung erschien in flämischer Sprache 1539 in Antwerpen. Es folgten schon zur Mitte des 16. Jahrhunderts Ausgaben in Französisch, Deutsch, Spanisch. Serlio wurde damit zum einflussreichsten Architekturschriftsteller in Europa und den spanischen Kolonien in Lateinamerika. Am wirkungsmächtigsten war das vierte Buch mit der Lehre von den Säulenordnungen. Dazu erschienen auch Edeptionen etwa vom deutschen Hans Blum. Das Neue an Serlius Werk ist, dass es sich nicht, wie bei seinen Vorbildern wie Truff und Leon Battista Alberti, um ein literarisches Essay handelt. Bei Serlio steht die grafische Illustration im Mittelpunkt. Wobei in der Regel zu einer Illustration eine knappe Seite erklärender Text hinzugefügt wird. Dadurch war Serlius Werk auch für wenig vorgebildete Leser verständlich, ganz im Gegensatz zu den komplexen, theoretischen Texten seiner Vorgänger, Schüler und Nachahmer. Das Konzept von Serlius Traktat wurde von Giacomo Barozzi da Vignola, Vincenzo Scamozzi und Andrea Palladio aufgenommen und wurde dadurch zum beherrschenden Konzept für die Vermittlung von architektonischen Vorstellungen bis ins 20. Jahrhundert. In die Architekturgeschichte ist der von seinem Namen abgeleitete Begriff der Serlianer eingegangen. Darunter versteht man ein dreiteiliges Ensemble, in dessen Mitte sich eine Arkade befindet. Die zu beiden Seiten von zwei hochrechteckigen Öffnungen flankiert wird, wobei die obere ein Drittel der unteren Ausmacht bauten. Der Erfolg der Regole Generali des Buch IV brachte ihm eine Berufung an den Hof des französischen Königs Franz I. ein. Er trug zwar den Titel »Paintree Architektur ordinaire« für Fontainebleau mit teppigem Jahresgehalt, doch war das faktisch ein Ehrenposten. Für den König arbeitete Serlio kaum, er für adlige Auftraggeber, sein Hauptwerk in Frankreich zum Beispiel »Schloss Encilie-Front«, baute er für den dortigen Grafen, für Kardinal Eppolito II. Deste die Residenz La Grande Fahre am Schloss Fontainebleau, für die auch ein schöner Entwurf eines Jeux de Paume bestimmt war, ein Tennisplatz. Manches zugeschriebene Werk ist umstritten, einiges zerstört. War er schon als Maler und Architekt in Frankreich kaum gefragt, so wurde er als Gutachter nicht ein einziges Mal herangezogen. Wie er gegen Ende seines Lebens klagte, Zitate Werke Sette Libri dell'Architettura Forni, Salah Bolognese 1978 Libri I.I.V. Libri V.7 War van Hart Peter Hicks H.R.S.G. Sebastiano Serlio On Architecture Volume 1 Books I.V. Of Tutel Opera D'Architettura E.Pospetiva Yale University Press Yale University Press New Haven London 1996 ISBN 0-300-06286-9 War van Hart Peter Hicks H.R.S.G. Sebastiano Serlio On Architecture Volume 2 Books V.I.N.7 Of Tutel Opera D'Architettura E.Pospetiva With Castramitation Of The Romance And The Extraordinary Book Of Doors V.I.N.7